Ja, was habe ich denn da gefunden? Genau, ich habe ein winzig kleines Instrument bei mir in der Schublade entdeckt. Das nennt sich Mundharmonika. Habe ich früher mal sehr gerne gespielt und jetzt habe ich es nochmal für euch ausgepackt und habe eine Ballade eingespielt, die ihr alle kennt. Das nennt sich Mundharmonika. Das nennt sich. 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 Das nennt sich.